Zuerst hat es mich extrem gefreut, als ich den Anruf bekommen habe. Ich bin extrem stolz, dass ich das erreichen durfte. Ich habe es natürlich gehofft. Es ist umso schöner, dass es nach diesen zwei schwierigen Jahren geklappt hat. Im ersten schwierigen Jahr in Api war das mit Hirnerschütterung. Dann war der Wechsel nach Bern und dann die Viruserkrankung, die die letzte Saison in den ganzen Saison Alarm gelegt hat. Auf dieser Saison hat es wieder geklappt und den Sommer wieder ganz normal aufbauen konnte. Jetzt bin ich wieder voll drin. Was ist das Ziel für die Schweiz? Auf jeden Fall bleibt das Ziel, eine WM zu spielen für die Schweiz. Für diesen Zusammenzug probiere ich, wie ich in Bern spiele, viel Lauf und Schnelligkeit ins Spiel zu bringen. Und einfach mit dem Spiel zu helfen und mich aufzuhängen, dass ich in Zukunft auch dabei bin.